In der WG, wo du dich am meisten drin siehst, also eher so der Clown oder eher so der ordentliche? Wirst du eher so der... Ich wär eher so der Giga-Shirt. Oh, äh nicht. Äh nicht, ich merk das auch. Ich find's, er hat Challenges, macht einfach Spaß. Was die GAG geleakt. Er macht Challenges. Ich glaub, die anderen werden sich dann auch ein paar freuen. Also ich hab schon gemerkt, so kochen ist nicht so deins, aber hast du irgendwelche Hobbys, was du unbedingt den anderen Jungs auch zeigen möchtest? Garten ist nicht krass. Hä? Sorry. Basketball spielen, weil da wär ich bestimmt... Oh, le...